Jojo, mach das mal, ich bin hier noch am Dings-Zähmen. Äh, Sagen? Ja? Wo bist du? Ich flieg hier auf, äh, Inselrum. Und da haben wir noch einen Giga. Was? Wir haben einen Giga. Der ist frisch. Nein. Wo? Äh, direkt in den... Richtig nicht. Nein, bist du nicht? Äh, pff. Was? Achso, ach nee, das andere Plateau, das ist etwas höhere. Ja, genau. Ach, das doch, das ist nicht die Mitte, das ist östlich. Ja. Ja. Ach, die Giga. Ja. Onkel. Onkel. Ey, warte mal, wir haben zwei... Wir haben zwei Zuschauer momentan. Tor, entweder Stamina oder Geschwindigkeit, bitte. Oder, äh, Angriffskraft. Und das ist Mo und Jan. Irgendwas von den dreien. Hä? Mo und Jan. Irgendwas von den dreien. Ich glaub, da war irgendwas nicht so richtig. Was? Ja, wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg. Ich seh nicht der Flye. Aber wozu geil ist? Was fähig? Ja, komm mit. Ja, ich bin ja so schnell. Ja. 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 Die Zuschauer wollten, dass du kommen musst. Ne, ich geb jetzt nicht. Alle beide. Ja. Da bin ich jetzt eiser. Wo hab ich denn das scheiß Lagerfeuer hingemacht? Verdammt nochmal. Ah, da ist der Onkel. Hier. Hallo Onkel. Wo bist du denn? Hast du Brot? Oh, Alter. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was war, äh, wie war das? Ach, jetzt finden sie das lustig auch. Wenn mir das passiert, sind alle angepisst. ja gut der hat noch nicht mal gebissen ich bin an seinen arsch geknallt und war tot ich finde das angst dass das viel zu vielen stimmberries frisst darum weil ich dem stimmberries rein ab weil er mal ein bisschen auf ja und dass ich dir wieder narkos geben kann und dass du wieder ein bisschen bekommt ja wo habe ich denn das scheiß wenn man vor du fliegt mit an die fiege in den arsch da stirbt und während du doch im fall bist wirst du voll die fiege auf den fressen boah ich hab doch hier irgendwo ein scheiß lagerfeuer eingebaut das kann doch nicht wahr sein wo habe ich denn das hin was braucht das lagerfeuer ich habe hunger nein ich habe fleisch einstecken junge ich bin danke schön meine ich muss immer das rumgestreite hier natürlich wenn ich vorher machen du bist der nun der bären frisst ja so rum ist es der bärbelst der bärbelst der bärbelst der bärbelst der raum achte ich war schütteln das gibt es noch kommen das ist es für die pfeilers kommt zum gigantum etwas aber in der spüren etwa der bärbelst war Irgendwas tickt hier geradeaus im Lager. Da kannst du das Bild schon mal grad vibrieren. Ich weiß nicht, was da los war. Ja, dann guck nach, Junge. Ich will nicht. Ich bin nackt und habe eine Armbrust. Junge. Junge. Check mal die Reality. Junge. Junge. Der interessiert sich nicht für mich. Du bist ja auch scheiße. Ja, das hast du schon mal gesagt, da wurden alle gefressen. Jetzt fliege ich hin, Noxie fliegt. Nee, du wurdest genauso gefressen, mein Freund, auf der Wüste unten. Ich halte mal, ja, 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 blablabla. Der hat auch immer wieder, der hat immer wieder Ausreden. Ja, da war es ja, ja, ja. Bist du mal wieder gestorben? Was? Ich halte mich, oder? Ich halte Zeit über... Warte noch. Steh ich nicht, Noxie, was? Ich mich auch nicht. Nee, Gott, wie ich ja schon. Nee, die ganze Zeit. War es, Noxie? Ja, Onkel, du bist wieder gestorben, ne? Wo Saschi gestorben ist. Ja, es war dunkel. Naja, es hat geruckelt, es hat geruckelt und, naja. Guck, erinnern auf, na? Es war dunkel, es hat gestunken. Es hat gestunken. Durchs Game habe ich das Gerochen. Boah, es ist gerade total nervig. Ich finde mein Lagerfeuer nicht mehr. Boah, ein neues Onkel. Boah, dann muss ich jetzt wieder so viel Materialien sammeln. Abkommschön, Onkel. Das ist jetzt derjenige Penner, hört auf, meinen Namen zu misshandeln. Ach, Onkel. Hab ich doch lieb. Das ist nicht interessant, hier mitzumachen, Onkel. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich lade das ganze Ding am Stück hoch, ey. Ihr seid solche Penner, wisst du das, ey. Ich bin so stolz, endlich mal eigene Viecher zu zähmen für euch, weißt du. Und ihr wollt mich hier weglocken, ihr seid solche Dreckspenner. Wir lachen nicht gar nicht aus. Ja, ich möchte einmal, einmal richtig was für unsere Tribe tun und will mal was zähmen. Und ihr wollt mich davon weglocken, ist doch scheiße. Wenn du was für einen Trump tun möchtest. Halt's Maul, Müller. Mann. Da lacht sogar ein Pronto. Ja, Onkel, wo bist du denn? Ich kann dir ein bisschen helfen. Ich bin hier. Ich? Mit was denn? Mit einem Fiegel, äh, Fliegelvieh. Jetzt ein bisschen was hier noch steht. Lauf über Nearos Brücke und dann einfach immer weiter, dass es Wasser von dir rechts ist. Das geht fast wie aus dem politischen Buch. Auf immer weiter hinaus, bis das Wasser von dir rechts ist. Noxie, wenn ich es nicht interessiert, dann bleib weg. Ich bin ja schon auf dem Weg gleich. Ich suche nur ein bisschen das, äh, Larkos. Was ist denn wo? Ich suche nur scheiß Narkotik, Mann. Ich suche nur scheiß Narkotik, Mann. Ich habe hier einen Drake stehen, der ganze rumlaufen und der ganze Narkotik holen ohne Ende. Aber ich musste mein Lager färben. Ich suche nur Narkotik holen ohne Ende, weiß ich, was man da alles braucht. Warum hast du noch einen Mörser? Mörser steht doch vor, steht doch drinnen im Lager, Mann. Er möchte nicht diesen, er möchte seinen eigenen benutzen. Perno. Äh, haben wir noch keinen Bronto-Sattel, kann das sein? Ich schlöre. Er hat es gerafft, Wahnsinn. Wie lange steht da Bronto bei uns jetzt hier im Lager und er hat es jetzt geschnackelt? Nee, das könnte sein können, ihr habt alle keinen Bock dazu. Wir haben alle keinen Bock dazu. Ja, aber guck mal, kann ich mal lernen. Oder kann denn schon einer? Ja. Ich lerne mal. Jo. Jo, komm, lerne hat es mal. Jo. Jo. Jo, Mann. Also ich glaube jetzt hier echt die ganze Zeit im Kreis, und ich habe keine Ahnung, wo ich das scheiß Lager vorangestellt habe. Es geht gar nicht so. Ich hab das falsch. Was finde ich denn das nicht? Jo, Mann. Warte mal, hier liegt der. Da lag, wo lag denn der andere Drake? Ich warte, ich will. Der lag irgendwo hier vorne. Ich warte, ich will. Ich warte, ich will. Ich warte, ich will. Ich warte, ich warte. Jo. 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 Klipper, Klipper. Du bist mein Freund. Können Dinos das Lagerfeuer zertreten? Nein. Wenn sie die alttätig sind. Oh Mann ey, danke Satschen. Danke, danke. Jetzt muss ich wieder weitersuchen. Richtig. Nach was denn? Nach dem Lagerfeuer! Mann! Ich stehe gerade vor dem Lagerfeuer. Ja, schön für dich. Schön, bring Fleisch mit. Was soll ich denn das Fleisch herkriegen, Mann? Was machst du denn am Lagerfeuer, wenn du kein verkacktes Fleisch erst, du Penner? Mein Gott, nochmal. Ich bin da gerade vorbeigelaufen, du Arsch. Du hast gesagt, du stehst am Lagerfeuer. Dann drück dich ordentlich aus. Ja, bitte. Mein Gott, kein Deutsch in der Schule gehabt, oder? Nein. Alter, zwischen Brücke und dir ist ein Lagerfeuer, verdammte Scheiße. Und das Scheiße, ich nehme ein Bild vom Rex, vom Kreis Maulaufrechenden, und schreibe es Ongle. Ongle. Scheiße. Alter, ich schwitze, ich schwitze durch, ey. Boah, ich laufe hier echt die ganze Zeit hier rum und suche das Lagerfeuer. Das kann doch gar nicht sein. Wo ist denn das hin? Oh, ich seh's. Noxy. Schnauze. Schnauze. Überschrift für die, für diese, für diese Folge, Onkel rastet aus. Häh, wie du? Boah, echt, ich brauche mir wirklich gleich ein neues Lagerfeuer. Ich geh'n Arsch hier! Du brauchst eh keine, du brauchst eh fast keine Ressourcen. Was brauchst du für das Lagerfeuer? Zehn Steine und bitte Pfeiber. Ui. Ui. Flipper, komm zurück. Du brauchst eh nicht Fleisch, hast du Hunger oder was? Sample Bärenfett ab der Hacke. Komm her, Flipper, ja, komm. Ja, ja. Komm her. Alter, lass die Hose an. Flipper, jetzt komm her, du blödes Wogel. Boah, Alter, ich... Nein, 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 nein. Oh, nütz mal her, ey. Ich bin immer noch da, wo das Wasser rechts von mir ist. Wo zum Geiler bist du verdammte Scheiße. Alter, wenn ich noch einmal so verstört meinen Namen höre, dann rast ich aus, ja. Ja, er flippt aus. Entspann dich. Ja, aber ohne Scheiß, wo du noch bist, denn? Hast du gerade Koordinaten parat oder sowas? Ach, da oben, ah, da oben ist er. Äh, Onkel. Ja. Halt die Fresse. So. Ja, ohne zu Onkel, was brauchen Sie denn? Mein Lagerfeuer, hier irgendwo muss mein Lagerfeuer. Ach, du hast ein eigenes hier, ne? Ich dachte, du suchst das offizielle Vortrag. Boah, bist du bescheuert oder was? Sag mal, redest du hier mit einem bescheuerten Idioten oder was? Was ist denn hier los? Mann, hört ihr mir überhaupt irgendwann mal zu? Das ist ja Wahnsinn, ey. Boah, ey, echt nur mit, 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 oh, einmal mit Profis. Einmal, einmal echt. Das ist ja der Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Boah, ist der, boah. Ey, du machst echt Rewano langsam Konkurrenz. Echt, das ist, das ist der Oberhammer. Das ist wirklich der Oberhammer. Boah. Alter Schwede, ey. Das ist ja, boah. So, voll Idioten umgeben hier. Gibt's doch gar. Boah. Oh. Oh, ich seh nichts mehr, scheiße. Oh Mann, ist das Gute. Aber auch wieder nicht der Börse, Mensch. Das ist doch eh nur Spaß. Ich weiß nur, dass du dein eigenes jast. Oh. Oh, du bist scheinviel, komm mal nicht her, Mann. Oh, du bist mal gut. Komm da hinten. Ey, du bist schon mit dem Heil rum. Du, geh doch sterben, Alter. Shit. Alter, wie geil. Ich weiß, Amsrock, ich hätte auch schon tausendmal ein Lager vollgebaut. Aber ich will halt mein eigenes wiederfinden. Das ist halt irgendwie der Stolz oder keine Ahnung, was das sein soll. Ach, der guckt noch zu. Klar guckt der noch zu. Irishman. Das ist so gut, oder fuck? Hey, hey, hey. Komm ab, du. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, ihr raggen hate binätter. Alter. Alter, geh, hey. Komm her rein. Oh, G justo mal muss sagen, der mal tut, ist da war richtig gut. Oh, DNA. Oh, Mann. Du,achment mal ernsthaft. Ich sag die ganze Zeit, ich finde die hier mein Lagerfeuer nicht. Du wirst doch, wie es gemeint ist, mein Gott. Ei, 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 ei. Oh, 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 oh. Wer dachte, du bist halt viel? Jetzt hat Rewano mein Highlife miterlebt, wie es ist, wenn ich ihn immer voll habe. Obwohl, ich glaub, sowas bei Rewano auch noch ist. Doch. Was machst du, Ocke? Sortiere. Was machst du, Onkel? Sortiere. Onkel, was machst du? Ich sortiere. Ich baue jetzt das Lagerfeuer hier hin. Da hin. Da. So. Ich glaub, ich hab morgen wegen dem Muskelkarten im Bauch. Ah, scheiße. Wie scheiße. Drei Fleischstücken. Hallo? Achso, das ist ja geguckt. Ich hab die mittlerweile schon alle abgegabelt. Ne, ich such grad das. Das ist wirklich alles abgegabelt. Ey, was? Jetzt hab ich Lagerfeuer und kein Fleisch mehr. Ich raste aus hier. Wo bist du überhaupt? Du hast ja gesagt, du bist hier in der Nähe, ey. Ich bin bei dem Stego. Was machst du an meinem Stego? Ich suche an Lagerfeuer. Das ist nicht beim Stego, Mann. Das ist hier irgendwo, aber das ist jetzt egal. Wo ist denn der Diverzieher? Was denn? Da lag auf... Beim Trike. Wo ist denn der scheiß Trike? Wo bist du? Ach, da bist du. Oh, Alter. Was ist denn der Diverz? Ein Scheißschutz. Ach du Scheiße. Alter, was ist denn da nicht los? Oh, wie ist ein Zamm gewickelt. Alter. Alter, ich drehe mich um noch zu. Okay, ich will jetzt nichts sagen, aber vor die nächste nackte Frau. Okay, aber wenigstens habe ich wieder zwei Stücken Fleisch. Oh, ich will nichts mehr. Ja, war gut. Oh, Alter. Ich hätte das, wenn ihr sogar schon vor dem Lachen Kopfschmerzen kriegt. Oh, ja. Alter. Jetzt kipp doch um, du Scheißvieh. Ja, schon. Ich muss stehen. Das ist der, wenn ich mir auch schon in letzter Zeit. Oh, Alter. Cool. Weiß es nicht mehr. Oh. Scheiße. Weiß es nicht mehr. Oh, wo bist du? Und Armsrock, Armsrock, Armsrock so ganz trocken. Ja, da hast du doch wieder Fleisch. Meine Fresse, ich will nur einen blöden Flapper ziehen. Was ist denn los, Mann? Oh, was war... Achso, Elfriede, das habe ich ja... Hä? Wann das? Ja, jetzt. Es hat mich gerade irgendwie was... Hä? Hast du mich jetzt noch gesehen? Ja. Hast du gerade irgendwas gemacht? Ich bin im Lager. Warum bist du jetzt wieder im Lager? Warum denn, du bist doch immer zu euch umzuhalten. Oh. Wollt ihr ihm das Fleisch vorbeibringen? Was wolltest du? Das Fleisch vorbeibringen. Echt? Das war für mich? Ja. Einmal mit Profis. Ah, nee. Warum kriege ich denn hier immer irgendwas ab? Wollte mal, wenn mein Feuer ausmachen sitzt. Das kann ja nicht übersehen sein, das Scheiß-Feuer. Das gibt es davon. Das ist jetzt wieder dunkel oder was? Ah. Amen.